Hey, willkommen zu MusikDNA, dem Podcast über Musik. Heute geht's mal um Billie Eilish und zwar vor allem um das erste Album When We Fall Asleep, Where Do We Go? Wobei wir natürlich auch so ein bisschen über die Frau als Musikerin und Phänomen reden wollen. Bleibt, glaube ich, nicht aus. Bleibt, glaube ich, nicht aus, weil gerade in der Größe bei einer Person, die so ein Riesenstar geworden ist innerhalb kürzester Zeit, bietet sich das auch an. Ich bin Till, das ist Mats und ja, wir fangen einfach mal gleich an mit Billie Eilish. Die Folge präsentieren wir in Zusammenarbeit mit unserem Sponsor, dem Mikrofonhersteller Shure. Ihr hört uns auch die ganze Zeit über Shure-Mikrofone, das SM7B. Die Mikrofone und den Link zur Website von Shure findet ihr nochmal unter dem Podcast verlinkt. Wie eben schon gesagt, Billie Eilish ist ja irgendwie nicht nur eine Sängerin und eine Musikerin und Songwriterin, sie ist ja auch wirklich, also schon eine Pop-Ikone geworden innerhalb von ein paar Jahren. Ja, das ist krass. So zwischen dem ersten Album, also das erste richtige Album, das war, soweit ich weiß, 2019 und jetzt für 2024 kam gerade das Neuere raus, das... Hit Me Hard. Hit Me Hard and Soft. Und das sind fünf Jahre mit drei Alben und sie ist halt einfach so zum Megastar aufgestiegen. Ja. Binnen eines Wimpernschlags gefühlt. Alles gewonnen, Bond-Song gemacht, damit bist du eigentlich auch schon durch, höher kannst du kaum noch kommen. Vier Grammys in einem Jahr abgeräumt, zwei Oscars für beste Filmmusik und das alles in fünf Jahren, beziehungsweise in vier Jahren, das war alles bis letztes Jahr noch. Also es ist unglaublich, was die Frau für eine Karriere hingelegt hat und die ist halt erst 22. Also es ist schon echt Wahnsinn und wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir wollen erstmal über, also Billie Eilish so ein bisschen natürlich das Framen, wo die herkommt, was so die Hintergründe sind, dann über das erste Album sprechen, weil das schon auch, man muss sagen, das Album ist, das sie groß gemacht hat, aber natürlich auch einfach so ein bisschen aufgeweicht ist, nicht nur darauf fokussieren, weil die Karriere eben noch relativ jung, aber eben schon so groß ist. Ja, ich finde es halt so krass, wenn du das so aufzählst, dass die eigentlich schon, also es ist ja nicht nur ein mega Durchbruch, das ist ja einfach, du fängst oben an und bleibst da. Ja. Und das ist also auch auf so einem Level, wo es mir fast ein bisschen unangenehm war, das zu verfolgen, weil sie dachte, das arme Kind, weil du plötzlich nicht nur so im Rampenlicht stehst, sondern auch, und das sagtest du ja gerade eben schon, weil sie eben auch so eine Ikone geworden ist, weil sie so über ihre Musik hinaus plötzlich so viel in Anführungszeichen Verantwortung getragen hat, dass ich das aus dem Blickwinkel zum einen sehr faszinierend finde, aus einem anderen Blickwinkel, aber auch so ein, ich nenne jetzt wieder mal den Nickelback-Effekt, weil es ist so dieses, man ist schon fast genervt davon, dass sie dann jetzt noch, keine Ahnung, den Grammy kriegt, oh hoppla, sie kriegt dann noch den Bond-Soundtrack, man hört sie dann noch hier, Hot Rotation mit Bad Guy war einfach, es war so krass omnipräsent, diese Frau. Sie war doch überall. Sie war wirklich überall und ist ja auch noch ein Stück weit überall. Es ist schon, es ist ein Stück weit einzigartig, ich finde, wir haben immer so, es gibt natürlich viele, viele Beispiele, so keine Britney Spears, Christina Aguilera, so diese Ikonen in diesen Bereichen, die finde ich aber alle nie, ich nenne es jetzt ganz böse, diese tief erreicht haben, weil Billie Eilish für mich immer so ein bisschen aus diesem Underground-Kinderzimmer, in dem sie wahrscheinlich auch noch lange gewohnt hat, irgendwie rausgekommen ist und dann plötzlich da war, wo du dann gerade dann noch gesagt hast, also 2024 ist jetzt, 22 ist jetzt zum Zeitpunkt jetzt gerade immer noch, ihr Bruder, über den wir sicherlich auch gleich noch so ein bisschen reden können, ist, glaube ich, ein bisschen älter, der müsste jetzt irgendwie so 24, 25 oder sowas gewesen sein. Das ist, glaube ich, so Mitte, Ende 20. Mitte, Ende 20, der ja auch mit durch die Decke gegangen ist und das ist, glaube ich, müssen wir, wenn wir über Billie Eilish reden, müssen wir auch über Bruder immer so ein bisschen reden. Ich kann mich erinnern, wenn wir vielleicht so ein bisschen über ihren Werdegang sprechen, weil der ist ja noch gar nicht so lang, das ist ja so absurd, wir reden hier wirklich über eine Künstlerin, die zwar schon lange Musik macht und auch schon lange Songs veröffentlicht, aber die natürlich mit ihrem ersten richtigen großen Album 2019 rausgekommen ist, alles abgeräumt hat und seitdem in einer Regelmäßigkeit Musik veröffentlicht, die vielleicht natürlich im Kontext vom ersten Album immer so ein bisschen anders gewertet wird, aber die Erwartungshaltung ist natürlich auch eine wahnsinnig große und dann mehren sich natürlich auch die Stimmen, die eher enttäuscht sind, weil was willst du von einem Album erwarten, das nach einem wahnsinnig gefeierten Album irgendwie veröffentlicht wird. Das ist immer so eine schwierige Sache. Das erste Album, muss ich aber sagen, habe ich erst sehr spät nachgeholt, nicht 2019, als es rausgekommen ist, sondern erst, ich glaube, 2021 oder 2022 kann es auch gewesen sein, weil mir der Song Bad Guy so sehr irgendwann auf den Sack gegangen ist. Ja, voll, verstehe ich. Weil der auch, wie ich finde, nicht so richtig repräsentiert, was sie musikalisch macht, sondern es ist, finde ich, ein pfiffiger, flockiger Popsong gewesen, der wahnsinnig ins Ohr gegangen ist. Ich weiß, dass meine Frau damals noch Freundin mir gesagt hat, ah, weißt du, wie dieser eine Song heißt, wo diese Geister im Hintergrund singen? Und das war so irgendwie diese Melodie, die, und ich wusste auch erst nicht, was sie meint und dann irgendwie nach drei, vier, fünf Tagen, wo der im Radio dann immer mehr aufgetaucht ist, war das dann klar. Aber der hat sich so bei mir eingebrannt und ich habe dann irgendwann das Musikvideo dazu gesehen und das war schon so, ah, okay, es ist ein bisschen anders, gutes Marketing, gutes Marketing, weil wird ein lustiges Video und sie auch irgendwie anders präsentiert, aber das hat bei mir nicht gereicht, um das Album wirklich zu hören. Das hat echt gedauert, weil ich nicht so ganz verstanden habe, dass sie deutlich mehr als Bad Guy ist. Es ist nicht ein One-Hit-Wonder gewesen. Ich finde es auch interessant, weil gerade, wo du das gesagt hast, dachte ich mir auch, das ist so wieder ein klassischer Fall von, der bekannteste Song repräsentiert eigentlich nicht die musikalische Tiefe vom Artist. Das haben wir, finde ich, oft. Also es gibt viele Bands, die so einen Hitsingle hatten oder einen Song für den, die wirklich bekannt sind. Und dann hört man sich aber so das restliche musikalische Werk an und denkt sich so, okay, das ist ja eine ganz, was man sagt, ganz anderes. Also so, ne, wir werden auch nochmal eine extra Folge über Nickelback machen. Oh, der Eifel 65 fällt mir gerade. Genau, aber so zum Beispiel bei Nickelback, die haben ja so ganz krasse, so post-grungige Pop-Balladen geschrieben. Aber das ist ja eigentlich auch eine Heavy-Metal-Band. Die haben ja auch unfassbar harte Songs, die halt nicht im Radio kommen. Also wenn man an Nickelback denkt, dann hört man halt an Rockstar und nicht an Follow Your Home. Und werden wir nochmal eine extra Folge besprechen und bei Billie Eilish und das fand ich halt so interessant, weil ich hab Bad Guy so ein bisschen ausgeklammert tatsächlich, weil ich bewusst wenig Radio höre. Also weil mich Radiomucke oft einfach ein bisschen langweilt und mir auch ein bisschen auf die Nerven geht und ich denke mir, wenn ich, ich hab nur eine gewisse Zeit am Tag, die ich auch Musik aktiv hören kann, weil ich ja auch beruflich Musik höre und wenn man dann nach dem Tag, wo man schon Musik gehört hat, dann nochmal Musik hört, das wird einfach weniger. Ich kann nicht dann nochmal acht Stunden Musik hören. Und die Zeit fülle ich halt immer mit Musik, die ich halt gut finde. Oder die ich mir halt bewusst auswähle, sag ich mal. Und ich hab dann aber 2019, als das Album gerade rauskam, da hab ich noch, da hab ich gerade noch so in Hamburg gewohnt und ich weiß noch, dass ich in der Hamburger U-Bahn gefahren bin und dann lag da irgendwie so ein, ähm, dann lag da so ein Heft irgendwo auf dem Sitz und da war sie auf dem Cover und ich war so, wer ist das denn? Und hab mir das so geschnappt, also es war, das, das, das hatte irgendjemand da liegen lassen und dann war da ein Interview mit Billie Eilish und das, ich dachte mir so, okay, ich kenne die Person überhaupt nicht, aber die klingt total interessant. Aber also war das, als du sie, du kanntest sie noch gar nicht musikalisch? Null, das war das erste Mal, dass ich die gesehen hab. Ah, okay, krass. Also hab ich gesehen, weil die auf dem Cover von irgendeinem Magazin war. Und dann hab ich, sag ich, in der U-Bahn, hab das gelesen und ich dachte, pfff, hab ja noch eine Viertelstunde, hab das Interview gelesen, hab das Ding dann auch da liegen lassen tatsächlich, war ich für den Nächsten und dachte mir so, okay, ich hör mir mal an, was die zu sagen hat und hab mir dann das Album angehört, als das da gerade, weil das halt gerade auf Spotify verfügbar war und dachte mir so, okay, Bad Guy, das Doodle hast du irgendwo schon mal, den Jingle hast du irgendwo schon mal gehört und hab dann aber mal so das Album durchgeskippt und bin dann so bei, mein Lieblingssong war auf Anhieb Ilo Milo tatsächlich. Oh ja. Was total, also einfach textlich Wahnsinn ist, das ist musikalisch interessant. Die haben geschafft, und da wollte ich nämlich gleich nochmal reingehen in das Thema, die haben eben nicht lockerflockige Popmusik gemacht. Also jetzt ist es halt Popmusik, aber zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, war Bad Guy ja kein klassischer Popsong. So, wenn ich 2019 an Pop gedacht hab, hab ich halt so an Ariana Grande zum Beispiel gedacht. Das war so ein Pop-Ex, ein sehr großer, oder Taylor Swift, das ist halt Popmusik. Aber Billie Eilish hat ja nochmal so ihre eigene, musikalisch so ihre eigene Unterkategorie, ich sag mal so ein bisschen, so ein bisschen aufgenommen. Also das hat mich sehr an Lord erinnert. Die hat ja 2013 ihren Hit gehabt, also den ersten Hit gehabt mit Royals. Und da war das ja so, dass das schon so wahnsinnig leere Produktionen waren. Also Royals ist ja wirklich nur irgendwie Schnitten und so ein bisschen Percussion und irgendwann kommt da so ein ganz subtiler Bass rein, aber es ist vor allem ihre Stimme. Und das ist nach so diesen super überfüllten Produktionen mal so eine ganz interessante Gegenbewegung gewesen. Und die Produktionen von Billie Eilish und Phineas, die sind ja auch so, die sind ja erstmal, klingen die wahnsinnig leer und da passiert gar nicht so viel. Aber wenn man dann mal so Masterclasses guckt von Phineas O'Connor, 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 ich vergesse es immer. Ich bin auch immer bei Phineas. Also es ist ihr Bruder. Bei Phineas, der sie produziert und dann sieht man so, man hat so die ersten fünf Spuren, die so den Track machen und dann gibt es nochmal 15, die so, wo so klein ist, so irgendwo mal läuft und so ein, das dann irgendwo noch mit drinnen ist und das, wenn man es rausnimmt, ist der Song, die Produktion total öde. Und dadurch, dass es da ist, füllt das das aber so auf. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum die Produktionen auch so interessant sind. Weil die sind total leer auf den ersten Anschauen. Und wenn man dann mal reingeht, merkt man, dass die unfassbar viel machen. Und ich finde es krass, dass die 2019, wo wirklich Popmusik in manchen Bereichen echt schon zu Ende erzählt war, echt nochmal geschafft haben, was Neues zu machen. Auf einer musikalischen Ebene, auf einer gesanglichen Ebene und auf einer Produktionsebene vor allem auch. Aber da würde ich direkt, die Frage, das finde ich interessant, da möchte ich gerne mal rein. Na, weil du sagst, was Neues. Also klar, wir haben einmal das Technische von der Produktion, da würde ich aber vielleicht gerade später noch ein bisschen drüber reden, weil, was, als du das Album dann gehört hast, hast du da dieses Neue, konntest du das danach schon relativ einfach in Worte fassen? Oder ist das was, was erst mit der Zeit gekommen ist? Weil, also für mich war das das Neue in Anführungszeichen dann schon ein bisschen schneller greifbar. Was sich aber so von Bad Guy abgesetzt hat, das war einfach, also Bad Guy ist sehr verspielt und je öfter man den Song hört, desto mehr fallen natürlich auch so die Feinheiten auf in der Produktion. Aber es ist ein Song, finde ich, der so, der kann wunderbar nebenher düdeln, hat aber so ein Extra, also so dieses Verspielte oder wenn es einfach so ein Da ist, so weißt du das und dann düdüdü und das ist aber alles, finde ich, immer noch ein normaler Popsong mit Extra und wenn man sich dann das Album aber anhört, dann tut sich oder hat sich für mich damals plötzlich so eine Welt aufgetan, das war so düsterer Pop, düsterer Pop mit viel Elektro, so EDM-Einschläge, wo plötzlich dann irgendwie eine Baseline oder so Drums drin oder so dachte, okay krass, das passt eigentlich überhaupt nicht in diese Pop-Produktion, die ich irgendwie erwartet habe. Das passt vor allem auch gar nicht zusammen, eigentlich. Genau, und das meinte ich gerade mit diesem, die düstere Pop-Produktion, eigentlich passt das erstmal grundsätzlich gar nicht zusammen, weil dann kommen ja noch die Texte dazu, die ja zum Teil einfach uff sind, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Aber ist dir dieser Widerspruch, ist dir der direkt ins Auge, ins Ohr gefallen, wenn man so will, oder hat das gedauert? Also es gab ein paar Sachen, ich meine, ich bin ja auch, ich mache auch Musikproduktion und es gab so ein paar Sachen, die einfach so on the nose waren, zum Beispiel bei Ailo Milo, das war so der Moment, wo die mich echt hatte, dass die im Chorus, sie macht ja wahnsinnig viel mit Backing-Vocals und mit Mehrstimmigkeit und die haben so einen Links-Rechts-Chor gehabt, der so Links-Rechts funktioniert und dann haben sie so einen Tremolo-Effekt draufgelegt. Das habe ich noch nie gehört vorher. Und das war so, das war halt nicht irgendwo im Hintergrund mal so ein bisschen Effekt, sondern das war wirklich die Hauptstimme. Also die haben erstmal die Hauptstimme nach Links-Rechts plötzlich verteilt, Links-Rechts im Panorama meine ich damit und dann so diesen flimmernden Tremolo-Effekt. Und da dachte ich mir so, boah, ist das geil. Also wie originell kann man denn sein? Und das war so, das habe ich mir glaube, ich weiß nicht, ich saß im Bus in Hamburg und habe mir diesen Song in Dauerschleife angehört und dachte mir die ganze Zeit, das haben die nicht gemacht. Und vor allem so, dass es passt, weil es sind so total, und das meine ich so, die haben was Neues gemacht, die haben so total originelle Ideen gehabt und Phineas, der wahrscheinlich wirklich mit, also schon hauptverantwortlich ist für so Produktionsfragen, hat das dann so platziert alles, dass das wirklich einfach perfekt reinpasst. Und das finde ich ist so die große Stärke, vor allem vom ersten Album, dass halt alle acht bis sechzehn Takte was kommt, wo du so denkst, da habe ich es nicht mit gerechnet. Und da dachte ich jetzt nicht, so und nicht nur, dass die irgendwie eine fantastische Sängerin ist, weil das ist sie wirklich. Es ist ja, wie die Eilis ist ja so ein bisschen, da will ich später noch drüber reden, ist ja auch so ein bisschen verschrien, vor allem bei ihren Kritikern, nicht bei ihren Fans, aber bei ihren Kritikern, dass die ja, die macht ja immer diesen hauchigen Gesang, was sie erstens gar nicht macht, die macht verschiedene Arten von hauchigen Gesang, wenn man es mal so mit Gesangscoach mäßig anguckt, habe ich mal gemacht mit einem Gesangscoach, war sehr interessant, weil man ja, es gibt schon eine Grund, eine Haupttechnik, die auch bekannt ist, aber es ist nicht immer das Gleiche, es ist nicht immer perfekt das Gleiche, weil es auch Intensitätsstufen hat, die kann auch unfassbar belten, macht die ja auch teilweise in Songs. Und nur, weil du halt intim ins Mikro sprichst, ist es ja nicht gleich hauchig. Also es wird halt immer so wahrgenommen, aber die hat wahnsinnig was auf dem Kasten, die hat unglaublich viele Gesangstechnien, ist eine tierische Sängerin und es ist vor allem die Sängerin, die ich gerade so höre, neben so ein, zwei anderen, wie zum Beispiel Ariana Grande, die einen unfassbar perfekten Pitch hat. Also die trifft jeden Ton perfekt. Und das ist krass. Also sie ist wirklich ein Ausnahmetalent. Also auch auf einer technischen Ebene tatsächlich. Davon abgesehen, dass die halt eine fantastische Sängerin und Songwriterin ist, machen die halt auch ständig was Neues. Und das gerade beim ersten Album. Und es ist halt so, es ist dark und es ist total verletzlich, weil die Texte halt total verletzlich sind. Aber es ist gleichzeitig so total verspielt und interessant. Und so, wir haben das einfach mal gemacht und halt so lange rumgeschoben, bis es gepasst hat. So, das ist so die Energie, die ich da gespürt habe. Und das ist total selten geworden. Ich finde das so, also, dass wir 2019 plötzlich ein Album haben, wo man sagt, da ist so viel Neues drauf. Ist schon so ein großes Kompliment. Und das, vielleicht kann man auch schon mal sagen, also für mich ist das so einer dieser großen Vorteile, dass du die Verfügbarkeit von Technik sich mittlerweile im Rahmen bewegt. So, na klar, musst du schon ein bisschen was investieren. Aber soweit ich weiß, die haben das ja nicht im Studio komplett durchproduziert, sondern das war in einem... Das war in einem Bedroom-Production. Bedroom-Production. Und das hörst du nicht. Genau. Und es gab auch so, es gab dann natürlich auch so, das wurde halt im Nachhinein alles versucht zu relativieren. So, naja, die haben das dann ja nochmal zum Mastering geschickt. Und dann das Master, und der Mastering-Ingenieur war so, ich habe die Bässe ein bisschen angepasst und dann war das fertig. Also das war halt, der hat halt die Sachen gemacht, damit es nochmal wieder aus einem Guss ist, damit das Album halt gemastert ist und damit die, damit so halt technische Aspekte irgendwie, die sie offset und dass sowas nicht passiert. Aber der war auch so, die Produktion war an sich durch. Ich glaube, ich musste da jetzt nicht hier noch zaubern, damit die plötzlich, damit das Radio reif klingt, sondern die waren, das waren geile Produktionen. Die konnte man so nehmen. Es gab bei einer, weil der Phineas produzierte alles in Logic. Es gab bei einer Logic, es gibt bei Logic immer so Demo-Sessions und einmal hatten die in einem Logic, ich glaube 2018 hatten die Ocean Eyes, die Original-Session als Demo mitgeschickt. Das heißt, man konnte die Original-Session von Ocean Eyes sich selbst öffnen und gucken, was sie da gemacht haben. Und das ist nicht nur alles in Logic produziert, das war auch alles mit Logic Stock nachgebaut. Also das sind alles Plugins, die einfach in der Software verfügbar sind, ohne jetzt irgendwie nochmal für 1000 Euro einen Synthesizer gekauft zu haben. Also mein Gedanke ist einfach so, es ist wahnsinnig reduziert, weil sehr wenig Menschen nötig waren, um das dahin zu bringen, wo sie es haben wollten. Was ich glaube ich in dem Fall einfach eine wahnsinnig positive Sache war, weil die Vision, die zwischen Geschwistern, das glaube ich nicht bei allen Geschwistern, aber bei denen offensichtlich, die eben künstlerisch wahnsinnig harmonieren, weil das das zugelassen hat. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass je mehr Menschen und vielleicht auch dann Erfahrene, keine Ahnung, dann hast du irgendwie einen Mixing-Ingenieur da oder eben einen Techniker, irgendwie noch keine Ahnung, dazwischen sitzen und sagen, ja nee, das macht man so nicht. Ja nee, würde ich so nicht pennen. Ja nee, das, ah, weiß ich, überleg, weißt du so. Du hast keinen, der reinquatscht. Du hast keinen, der reinquatscht. Die haben ihre Vision und du kannst, du musst keine Kompromisse eingehen. Du kannst dann sagen, so take it or leave it. Klar, dass am Ende noch so ein paar technische Sachen irgendwie erreicht werden müssen, ist klar. Aber dadurch, dass Phineas eher schon Erfahrung hat in dem Bereich, also der weiß ja, wie was funktioniert und das ist jetzt ja nicht so und wir haben uns das beide irgendwie komplett erarbeitet, weil die kommen, vielleicht da der kleine Ausflug, die kommen ja aus einem sehr musikalischen Haushalt. Sie ist ja auch Tänzerin, irgendwie schon seit acht getanzt. Er schreibt schon seit Ewigkeiten Songs irgendwie mit ihrer Mutter zusammen. In Bands gespielt. In Bands gespielt. Sie hat mit elf ihren ersten Song geschrieben, also die hatten schon Vorlauf. Genau und auch Sachen veröffentlicht. Also auch schon, sagen wir mal, so Social-Media-Erfolge gehabt, dann auf Soundcloud und Co. Also das ist jetzt nicht so, dass es so, dass sie völlig aus dem Nichts gekommen ist. Da haben Leute auch das Talent schon gesehen. Aber dass du diesen Sprung in den Massenmarkt mittlerweile schaffen kannst, ohne einen riesen Label dabei haben zu müssen. Ich meine, klar, die haben dann ein großes Label. Aber dieses, dass bis zu dem Punkt, wo sie den Vertrag dann unterschrieben haben, dass das eigentlich schon alles da war und dass da nicht noch irgendwie ein riesen Team und so. Ich finde, das sind so, das ist so ein super Beispiel, wie schön das auch ist, dass alles verfügbar ist. Weil man kann das auch alles nicht so schön finden. Da gibt es ja auch genug Punkte für. Aber das finde ich jetzt so im Nachgang so eine schöne Erfolgsgeschichte und so ein, dass du auch in der heutigen Zeit, wo gefühlt alles schon tausendmal da war, dass du trotzdem noch, wenn du eine Vision hast und diese Vision erarbeitest und vielleicht noch ein bisschen Talent hast, dass du dann plötzlich neue Impulse schaffen kannst. Also man kann natürlich im Detail immer darüber streiten, das gab es schon irgendwie vorher da und das wurde schon hier und so gemacht. Aber ich finde, dass in so einer Konsequenz und wie du eben sagtest, irgendwie du kannst fast jeden Song hören und findest immer irgendwas, wo du denkst, oh krass, habe ich so noch nicht gehört. Ich hatte das, als ich dann You Should See Me in the Crown. Und den muss ich auch gerade denken. Weil das auch so ein Song war, wo ich wirklich nicht habe kommen sehen, was passiert. Und das ist immer so, wenn ich nach dem ersten Chorus mich nochmal darauf feuer, dass der Chorus irgendwann wiederkommt, ist das schon ein gutes Zeichen. Und das ist so ein, da werden einfach Elemente zusammengebracht, von denen ich nicht dachte, dass sie funktionieren. Und das ist auch immer wieder dieses, du weißt ja gar nicht, was du willst, bis du es dann mal irgendwie plötzlich kriegst. Und in dem Moment dieses, ihre Art des Gesangs und ihre Betonung und dieses Hauchige, das plötzlich mit so einem EDM, mit so einem dunklen und Bass und so und das zu hören, ich wirklich fast jedes Mal Gänsehaut, weil das einfach was auslöst. Und es sind so viele Songs auf diesem Album, die hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht, um das zum Hit zu machen, aber auch Bury a Friend. Also auf mehrfacher Ebene, du weißt, das ist musikalisch, aber natürlich den Text auch noch, aber das ist da passiert. Je öfter man den Song hört, desto mehr passiert. Und deswegen finde ich das so spannend, als du gesagt hast, sie wirken, eigentlich sind sie erstmal leer. Und je öfter du das hörst und auch wie du es hörst, wenn du es irgendwie im Bus mit Kopfhörern hörst, in deinen Kopfhörern, kriegst du glaube ich nicht so viel mit, als wenn du es dann mal wirklich irgendwie auf Heimanlage mit ein bisschen Raum auch noch dazu hörst und dir Zeit nimmst. Hätte ich von, also einem Album, wo einfach dann Bad Guy drauf ist, überhaupt nicht erwartet. Ja genau, weil Bad Guy wirkt ja erstmal, ich sag mal in Anführungszeichen, ohne das jetzt abwertend zu meinen, so ein bisschen beliebig. Das ist halt so ein Radiosong, aber der wird halt als Radiosong wahrgenommen, weil der die ganze Zeit im Radio läuft. Und der hat ja auch Tiefe. Also der hat ja auch, ich finde den textlich nicht so tief wie andere Songs von ihr. Das ist halt so ein bisschen verspielter. Aber was ich halt so spannend fand, auch an diesem Album, so Billie Eilish steht ja so für eine starke Verletzlichkeit, weil die unglaublich offen ist in ihren Texten. Und ich finde, und ich hab das so ein bisschen verfolgt, die hat ja unglaublich viel Hate auch gekriegt, direkt von Anfang an. Weil die ist halt irgendwie so 17 und dann hat die ihr erstes Album gemacht und bla bla bla. Und die wird halt so, ähm, die wird halt so als Sprachrohr ihrer Generation auch ein bisschen verstanden. Also Generationen, ich glaube, es ist gerade so Übergang Generation Z und die Alpha Generation so, also die jüngere Generation. Und ich glaube, da zeigt sich halt auch ganz krass so ein Generationenkonflikt. Weil ich glaube, es gab noch nie einen größeren Generationenkonflikt als den zwischen Generation Z und der Babyboomer und Generation Y. Das sind so, also die Älteren, also alles so, ich glaube, so ab 50 aufwärts würde ich mal ganz grob schätzen. Und die jungen Generationen, die sind wertemäßig so völlig an zwei Enden des Spektrums. So, weil den Boomern und den, ähm, den, also Generation, nee, Generation X, nicht Generation Y, Generation X sind die, die nach dem Boomern kamen. Die Generation Y sind die Millennials, das sind wir. Und die Generationen. Ich spreche auch auf wir. Doch, doch, doch. Okay, cool. Ich gehöre dazu. Ich hab nachgeguckt. Okay, geil. Die Generation X und die Boomer, die haben so andere Werte gehabt als die, als die Generation Z. Und die sind halt auch ganz anders aufgewachsen. Also die Boomer sind halt die, die im Zweifel nicht wissen, wie man eine Mail öffnet. Und die Generation Z sind halt die, die im Zweifel mit digitalen Endgeräten groß geworden sind. Und die sind halt in völlig unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen, weil die Boomer halt auch noch so, das war so Nachkriegsjahre. Und Generation Z sind halt aus deren Blickwinkel halt einfach auch so schnell mal ein bisschen verweichlicht und sehr überanspruchsvoll. Also das ist ein ganz anderes Thema jetzt als die musikalische Ebene. Und ich glaube, was ihr halt oft, oder was ich gelesen hab, was ihr halt oft vorgeworfen wird, ist, dass diese ganze Verletzlichkeit, dass sie zeigt, dass das alles nur Befindlichkeiten sind. Und dass das gar keine richtigen Probleme sind. Und also jetzt so gut in einem Satz zusammengefasst. Ich seh das nicht so, ich zitiere das nur. Dass das halt so, dass das halt so eine hochgezüchtete Popkünstlerin ist, die halt irgendwie mit ihrem ganzen whiny Popkram irgendwie jetzt auf Platz eins der Charts gelandet ist. Und das ist es halt gar nicht, weil ich hab mich mal so ein bisschen auch mit der, mit der Historie von Billie Eilish beschäftigt. Die hatte schon ein paar Schicksalsschläge in ihrem Leben und die hatte es schon auch nicht leicht. Und das ist irgendwie, ich empfinde das eigentlich als eine total, also als eine Heldenreise auch, als eine total krasse Heldinnenreise in dem Fall, als eine total krasse Stärke, die sie irgendwie gezeigt hat und die sie irgendwie auch entwickelt hat. Und diese, der Umgang, den sie halt damit pflegt, mit diesen Schwächen und Verletzlichkeiten, die sie hat. Und also erstmal das so angucken und benennen zu können und das auch einfach einem Millionenpublikum mal eben so mitzugeben. Und es gab so diesen, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, das war das letzte Album. Es gab ein Magazin, das dem irgendwie nur so eine 6,8 gegeben hat. Und alle, also das aktuelle Album wird ja total gefeiert im Jahr dann soft. Ich hab auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen musikalisch, weil es ganz, also ich finde, es ist ganz anders als das erste und das zweite Album. Also nicht ganz, aber schon anders und es fühlt sich anders an. Und dann hab ich so eine, wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, so off-camera. Dann hat sich Phineas irgendwie dazu geäußert, dass er das so scheiße fand, dass irgendwie dieses Magazin, also Online-Magazin, den nur eine 6,8 gegeben hat, weil er das so empfunden hat als, ja, die wollen halt nur eine originelle Meinung haben, um irgendwie Klicks zu generieren. Und die, die haten hier gerade auf ein Album, das jeder mag. Und was soll denn das? Und ich hab mich dann gefragt so, naja, Digga, du bist halt Künstler, du musst damit umgehen können, wenn Leute deine Musik scheiße finden. Und auf der anderen Seite ist er aber auch ein großer Bruder, der da gerade von irgendeinem Journalisten angucken muss, wie seine kleine Schwester, die sie ja immer noch ist, in ihrer Verletzlichkeit gerade irgendwie einfach so einen wegkriegt, nur damit die irgendwie Klicks machen. Und da verstehe ich schon, dass der da einen ärgerlichen Moment hat, nenne ich es mal. Und da verstehe ich auch, dass er da nichts zu gesagt hat. Ja, also ich finde, es spricht ja auch eigentlich für die authentische Kunst ein Stück weit. So, weil ich diesen, also wenn du so einen Megaerfolg hast, dann stehst du zum einen natürlich im Blickwinkel, aber auch auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Weil viele sehen da nur diesen Megaerfolg, den sie dann einfach international plötzlich feiert, sehen aber natürlich nicht den Menschen oder eben auch die Geschichte dahinter. Und wollen sich vielleicht auch gar nicht so richtig damit beschäftigen, sich aber dann irgendwie eine Meinung bilden. Und das ist, ich glaube, immer schwierig, wenn du Kunst machst, die plötzlich einem Massenpublikum zur Verfügung steht und es quasi keine Hürde, keine Einstiegshürde gibt. Also wenn du halt so einen Popsong hast, der durch die Decke geht und Leute dich in eine Richtung oder in eine Schublade stecken und sie denken, okay, ja, das ist jetzt die nächste hochgezüchtet. Das finde ich eigentlich ein fieses, also super fieses Wort. Es ist auch ein fieses Wort, aber es ist ein Zitat. Ich habe das auch gelesen im Internet. Genau, ich meine, das habe ich auch oft mitgekriegt, dass Leute sagen, ja, das ist schon wieder so ein Pseudo-Künstlerin, die möglichst, und das ist ja auch so ein Marketing-Deck, zu sagen, ah, das ist alles authentisch und die erzählt so viel von ihm und das kann alles gut verkaufen. Da ist ja ein Team dahinter. Ist ja ein Team dahinter und die gibt es gar nicht richtig und so. Und das ist ja auch was, was wir dann ja auf dem zweiten Album sehen, dass sie verarbeitet das ja. Und das verarbeitet sie auch weiter und ich glaube, das wird sie auch immer verarbeiten. Da werden wir, glaube ich, nachher noch kurz drüber sprechen, weil das auch Risiken mit sich bringt, kreative, künstlerische Risiken. Aber ihr, also, dass sie das macht, finde ich, ist wahnsinnig spannend und sie macht das ja auch auf keine, also schon auch eine etwas verkryptische Art manchmal, aber es sind, finde ich, auch sehr viele klare Aussagen in ihren Songs. Es ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und sagt, aha, bei Nacht geht also der Mond im siebten Himmel auf, damit meint sie, sondern sagt so, nee, sie hat Freunde beerdigt. Dass du das dann so klar verarbeiten kannst und das künstlerisch dann präsentierst und natürlich machst du dich angreifbar, weil ich glaube, es ist super utopisch, wenn du authentisch bist, selbst wenn du weißt, das sind Leute, die kennen dich nicht, die kennen dich jetzt nur über und haben sich ihre Meinung gebildet über. Du kannst das ja nicht einfach ausblenden, gerade wenn es dann so auf dich einprasselt und du plötzlich so im Fokus stehst und daran dann nicht kaputt zu gehen oder dich nicht einschränken und einschüchtern zu lassen, sondern dann zu sagen so, ey, das ist meine Art, das zu verarbeiten. Ich mache da jetzt einfach ein Album draus. Und das ist ja dann das so ein bisschen, was im Zweiten passiert ist. Und ich habe auch so ein paar Meinungen gesagt, es ist schon wieder das. Wobei ich finde, das erste und zweite Album sind inhaltlich schon sehr, sehr anders. Auch wenn sie sich eben auf die Sachen beziehen, die sie kennt. Also es sind jetzt keine Songs über, keine Ahnung, ihre Lieblings-Eissorten oder so, sondern es sind einfach tiefe Einblicke in sie, die sie verarbeitet. Und ich muss sagen, ich finde das zweite Album noch einen Ticken stärker, auch musikalisch, auch wenn es nicht mehr diesen krassen Wow, dass es irgendwie einen Neufaktor hat, sondern aber ich finde, sie hat noch mehr. Das zweite Album ist halt nicht mehr neu. Ist halt nicht mehr neu, aber sie hat viele Elemente mit reingebracht. Du hast gesagt, okay, da sind so ein bisschen ihre musikalischen Einflüsse noch ein bisschen klarer. Und die werden aber kombiniert mit eben, ich nenne es jetzt einfach mal düster Pop-Elementen. Nennen wir es Dark Pop. Nennen wir es Dark Pop. Das ist ein guter Begriff. Nennen wir es Dark Pop. Und das funktioniert für mich noch ein Stück besser, weil das wirkt noch ein bisschen, ich mag das eigentlich nur zu sagen, es ist jetzt irgendwie reifer geworden, weil, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie was aussagt. Es hat eine Entwicklung stattgefunden. Es hat eine Entwicklung, genau. Es hat eine Entwicklung stattgefunden und eine, die ich nachvollziehbar finde. Und deswegen finde ich so diesen Vorwurf zu sagen, das ist dann irgendwie was hochgezüchtet, das ist irgendwie was, wo ein PR-Team dahinter sitzt und sagt, wenn du jetzt einen Song machst, wie du von deinem Freund verlassen wurdest, das geht richtig so. Das wird nicht passieren. Und das passiert auch nicht, weil man eben dieses Organische, sie wächst jetzt plötzlich in dieser komplett neuen Welt auf. Und das unter Herausforderungen, die können wir uns halt nicht vorstellen. Das ist so, also zum Glück. Manchmal ist es ja so, dass du von früher dieser Ruhm und Reichtum und plötzlich bist du erfolgreich und so. Und dass diese Seite, was das mit dir macht, dich so zu zerreißen und du irgendwie dich selber dann auch trotzdem noch finden musst und irgendwie auch sagen kannst, okay, das bin ich in der Phase, wo wir alle noch wachsen. Also ich glaube, jeder, der in dem Alter war, hat plötzlich gemerkt, ah, mit 18 dachte ich, jetzt bin ich erwachsen, ist mir mit 20 aufgefallen, ja, nee, Digga. Und mit 22 ist dir aufgefallen, okay. Aber, aber in zwei Jahren. Ich bin so froh, dass es zwischen meinem 18. und meinem 22. Lebensjahr einfach nicht so viele Dokumentationen von mir gibt. Die haben auch mal, Billie Eilish, so alte Videos oder alte Aussagen von ihr gezeigt, so mit 21. Also so vor einem Jahr, als sie so 16 oder so 17, 18 war. Aber als sie 17 war, ging halt gerade so ihr Ruhm los. Und die saß da auch und war so, Gott. Also das ist halt so, das sind halt so Jahre, wo man halt noch ein bisschen bescheuert ist. Total. Und also jeder, jeder Mensch. Und ich finde, ich finde dafür, ich meine, ich habe die so ein bisschen verfolgt und habe mir auch mal Interviews von der angeguckt. Und ich finde, für eine 17-Jährige fand ich die schon unglaublich erwachsen. Und natürlich hat die auch 17-Jährigen-Kram gedacht und gemacht so. Aber ich war mit 17 ganz woanders. Ich war mit 17 total Vollidiot. Und ich denke mir so, ihr 17-Jähriges Ich und mein 17-Jähriges Ich, die, nee. Das waren Welten auseinander. Also die hatte schon eine unglaubliche Reife für ihr Alter. Zumindest das, was ich so mitgekriegt habe. Also und natürlich hatte die auf der anderen Seite auch noch ihr kindliches Ich, was ja normal ist in dem Alter. Und das muss man sich, finde ich, immer wieder vor Augen führen. Die ist halt 22. Also huu. Und ich hatte eben noch einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast, dass es so um diese Authentizität geht. Und das finde ich halt krass. Und das ist, glaube ich, auch, und da wollte ich nochmal so den Generationenkonflikt mit reinbringen. Wenn mir das irgendwann mal irgendwie so aufgegangen ist, das ist ja auch eine ganz andere Art, Musik zu hören mittlerweile. Also bei Künstlern mittlerweile geht es viel um Identifikation. Gerade bei weiblichen Künstlern habe ich den, also bei Künstlerinnen habe ich den Eindruck, da geht es viel darum, wie identifiziere ich mich mit der Person. Dass es so viele Frauen in der Musik gibt, ist ja eh eine relativ neue, sehr begrüßenswerte Entwicklung. Aber früher, sag ich mal so 70er, 80er, da gab es ja so diese Heroes, diese Musiker, überwiegend Männer. Und das waren eher so Vorbilder. Das waren eher so jemanden, den man irgendwie als den Star sehen kann. Und da ging es gar nicht um Identifikation. Da ging es irgendwie, also die Identifikation hat dann eher mit der Fanbase sozusagen stattgefunden. So, also wir hatten dann eher drüber connected, du hörst die Band, ich höre die Band auch. Ja, aber niemand von uns wollte so sein wie Kurt Cobain. So, das war so, weißt du? Das war auch jetzt ein Vorbild. Nee, also das war ja immer so. Das war auch bei The Who oder so. Ich wollte ja nicht sein wie der Gitarrist von The Who oder wie der Sänger. Das war ja einfach nur was so. Ich habe die Musik gehört und wir haben darüber connected, dass wir die gleiche Musik hören. Und heute, und das ist glaube ich auch so ein generationaler Unterschied. Ist jetzt ein Wort. Ich sag das jetzt so. Dass halt die jüngere Generation, dass es denen viel über Identifikation mit den Menschen geht. Unter anderem halt auch den Musikern und Musikerinnen. Und mit Billie Eilish identifizieren sich halt unglaublich viele Menschen und auch junge Menschen. Und ich glaube, dass, also diese Probleme, die dann auch so schwer nachvollziehbar sind, dass das offensichtlich Probleme sind, die eine ganze Generation betreffen. Ich glaube, das trägt nochmal zu diesem Generationenkonflikt bei. Und warum viele, nicht alle, aber viele ältere Menschen halt sich so ein bisschen schwer damit tun. Aber das finde ich spannend, weil ich diese, diesen, also es ist natürlich auch schwierig, als jemand, der langsam auf die 40 zugeht, weil es hat, jetzt mal in Europa sich dann mit Billie Eilish zu identifizieren. Ich glaube, da gibt es so ein paar Schwierigkeiten. Ich tue mich auch schwer. Ja, aber ich, also mich fasziniert das eben aus diesem, also zum einen künstlerischen, aber zum anderen auch dieses, wie gesund ist das für jemanden, der so offen damit umgeht, in diesem Rampenlicht aufzuwachsen oder erwachsener zu werden. Das ist so ein bisschen, also weil wir Beispiele haben, also Michael Jackson ist vielleicht so ein Extrembeispiel, wenn man einfach so sagt. Der auch noch drankommen wird. Der auch noch drankommt. Nicht heute, aber in einer anderen Folge. Genau, und wenn man sich da einfach so ein bisschen den Menschen hinter dem Künstler anguckt und man irgendwann so merkt, oh, 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 oh. Ja, das war schwierig. Das war sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube auch eine sehr andere Geschichte als Billie Eilish. Absolut, genau, aber mir ging es eher um dieses zum Erfolg verdammt und die Öffentlichkeit verdammt und das ist ja vielleicht auch, es ist ja ein, was heißt vielleicht, ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Billie Eilish hat nicht gesagt, ich will berühmt werden, deswegen mache ich Musik, sondern er hat gesagt, ich mache Musik. Und jetzt ist sie damit berühmt geworden. Ich glaube, es gab mal so einen Mitschnitt, dass Phineas ihr das versprochen hat, dass er sie zum größten Popstar der Welt machen will. Ja, dann ist der quasi schon. Der hatte einen Plan. Der hatte einen Plan, also mein Gedanke ist nur, wie wird das in 20 Jahren sein? Also wie wird man zurückgucken, wird man sagen, oh, das ist aber schon krass gewesen und wie viel Kontrolle hat sie darüber und vor allen Dingen auch wie viel Karriere, vielleicht andersrum, ist der Preis zu hoch für die Karriere, die sie hat? Also dass sie sagt, sie stellt sich so in die Öffentlichkeit, sie wird auch so zu einem Vorbild, trägt wahnsinnig viel Verantwortung mit sich ist so, sie wird, also allein dann zu sagen, sie ist eine Style-Ikone. Wenn Menschen plötzlich sagen würden, Till, wusstest du übrigens, dass du in Südamerika eine Style-Ikone bist? Dann würde ich mich sehr wundern. Würdest du dich sehr wundern, aber dieses, alleine das erzeugt ja einen gewissen Druck und das ist natürlich vom Mensch um Mensch irgendwie abhängig. Und deswegen, ich kann das halt nicht beurteilen, wie sie das fühlt, aber ich kann es aus ihrer Kunst rausnehmen und aus ihrer Kunst, da lese ich schon sehr raus, dass sie da sehr dran mitarbeitet und dass sie das auch sehr beschäftigt. Das ist jetzt gerade mit dem dritten Album, wo ich noch nicht so drin bin, wo ich so das Gefühl habe, okay, du beschäftigst dich sehr mit dir und das ist auch gut so, aber ist vielleicht irgendwo der Punkt, wo das nicht mehr in die Öffentlichkeit, in deine Kunst gehört, also ohne, dass ich das werte oder so, aber es ist einfach nur ein Gedanke, den ich habe, eine Frage, die ich habe, inwiefern ist es der Erfolgsdruck, dass man dann quasi da sitzt und sagt, okay, ich muss mich jedes Mal emotional ausziehen, um Erwartungen zu erfüllen, um irgendwie eine Kunst zu generieren, die ich selber jetzt irgendwie definiert habe, weil das ist ja so ein bisschen ihr Ding, also schonungslos, offen, also nicht nur irgendwie das alles einfach nur zu nehmen, sondern sie hat ja auch viele Songs, wo sie einfach dann auch genau das Thema diesen auch anprangert und sagt so, ey, ich bin nicht euer Freund, wenn du ein Problem damit hast, wie ich mich anziehe, wie ich mich gebe, dann ist das dein Problem, nicht meins. Und das sind so, also sie geht damit auch sehr offensiv um, aber das ist so ein bisschen das, wo ich so ein manchmal mulmiges Gefühl einfach habe. Also ob das so die nächste Britney Spears Story wird, so ungefähr, die da so nach zehn Jahren Erfolg und Rampenlicht einfach irgendwie fertig und ausgebrannt ist. Ich finde Britney Spears wäre vielleicht noch ganz interessant, weil da ja schon viel mehr Geschäft noch hinter war, gefühlt, also von dem, was ich weiß, so da wirkte das eben so, wie wir vorhin gesagt haben, so die wurde dazu gemacht, ein Stück weit. Die ist eine talentierte Frau, war sie früher schon, aber da war, da war eine Maschine dahinter, eine riesige Maschine, so und das ist, glaube ich, bei ihr anders. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst in Bezug auf Billie Eilish. Ich habe auch den Eindruck, weil ich auch das so ein bisschen verfolgt habe, zum Beispiel als die den Soundtrack gemacht haben zum Barbie-Film, was ja ein toller Song auch und da habe ich ein Interview zu gesehen mit Phineas und Billie, wo er auch erzählt hat, wir haben seit Wochen Sachen ausprobiert und haben am Album geschrieben und es war alles scheiße. Es war alles, es hat nichts richtig gezündet so und die waren in so einer Phase, wo irgendwie nichts richtig gelaufen ist, was halt so ist, wenn man kreativ arbeitet. Manchmal macht man halt drei Wochen was und am ersten Tag von Woche vier guckt man sich das alles an und denkt, du kannst ja alles wegschmeißen und das ist halt alles nicht gut und das passiert halt und das ist, manchmal brauchst du dann, manchmal ist an Tag zwei von Woche vier kommt dann die Idee, die dich über die nächsten drei Wochen bringt und dann hast du ein gutes Ergebnis, aber so ist das halt manchmal und ich kann mir das überhaupt nicht, also ich kann mich da überhaupt nicht reinfühlen, weil ich in meinem Leben nie so erfolgreich sein werde wie Billie Eilish und Phineas. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die sich auch plötzlich in so einer Situation sehen, wo die halt eine riesen Aufmerksamkeit haben, durch die beiden Alben, die sie schon gemacht haben, durch die Oscars, die sie gewonnen haben und die Grammys und so weiter, wo einfach die auf sich selbst auch eine gewisse Erwartungshaltung ausgeben und einen gewissen Druck. Und ich hab den Eindruck, die handeln das ganz gut und die machen schon immer was Neues. Zum Beispiel, was beim jetzigen Album was neu war, dass die ihren Schlagzeuger, ihren Live-Schlagzeuger mit dabei hatten. Deshalb gibt es viel mehr Akustik-Drums, also die Akustik-Drums sind auf jeden Fall präsenter als vorher. Ich finde, dass das an ein, zwei Stellen jetzt nicht unbedingt, also ich finde das musikalisch plötzlich nicht mehr so interessant, weil ich mochte ja eigentlich, dass es nicht so handgemacht ist und jetzt ist halt da irgendwie plötzlich ein Schlagzeuger, der irgendwie so Filz spüle und ich sehe, das habe ich schon 5000 Mal gehört. Aber das ist halt was Neues und ich glaube, das ist halt das, womit sie groß geworden sind, dass sie halt neue Sachen gemacht haben und ich glaube, den Weg gehen sie jetzt einfach weiter, dass sie halt immer was Neues probieren. Und bei Hit Me Hard & Soft, das finde ich ein interessantes Album, weil ich habe es auch das erste Mal gehört und habe es mir überhaupt nicht gefühlt. Und habe es dann nochmal gehört und ich wollte halt mich so ein bisschen reindenken und auch so ein bisschen dem eine Chance geben und mittlerweile ist es das Album, das ich am allermeisten gehört habe von Billie Eilish, weil es aber auch so ein Liebe auf den zweiten Blick Album ist und halt so ganz anders, es ist viel weniger on point, es ist viel weniger, es ist viel weniger so klar strukturiert, es ist viel weniger so alle acht Takte kommt was Neues, es schwebt viel mehr und es ist so viel nicht linearer komponiert. Und ich habe so den Eindruck, um jetzt kurz auf das Album mal einzugehen, so das ist ein viel nachdenklicheres Album und es ist viel mehr so bei den ersten beiden Alben habe ich so den Eindruck, die haben viel, also sie hat halt viel Texte geschrieben über Gedanken und über Vergangenheit und über Themen und so weiter und sie hat das halt ausformuliert und dann einen Song draus gemacht und bei Hit Me Hard & Soft habe ich so das Gefühl, die hat so den Denkprozess teilweise mit in den Song genommen. Manchmal hört ein Song einfach auf und dann kommt von irgendwo nochmal was und dann geht der plötzlich weiter. Und das fühlte sich für mich an, als ob das gerade so, als ob wir nicht das Ergebnis hören, sondern wir hören den Prozess, der aber auch total interessant ist. Also es ist gar nicht schlechter jetzt oder unfertig, sondern es ist einfach eine andere Art Musik zu printen, in Anführungszeichen. Und das fand ich interessant an dem Album, dass es so ein ganz anderer Ansatz in der Art und Weise war und ein bisschen poppiger, sage ich mal, im Sinne von nicht mehr so darkpoppig, aber auch gleichzeitig so sehr sphärisch und ganz anderer Schlag sozusagen, aber immer noch Billie Eilish natürlich am Ende des Tages. Aber halt wirklich, wie gesagt, erst eher so lieber auf den zweiten Blick und dann aber wirklich, und dann habe ich wirklich viel, ich habe Wildflower wahnsinnig viel gehört, ich habe Blue wahnsinnig viel gehört. Das sind so meine beiden Lieblingssongs von dem Album gerade, aber auch die anderen sind toll. Tolle Nummern, tolle Texte nach wie vor, starke Zeilen, wo du denkst, wow, das geht wirklich unter die Haut, wenn man sich da mal drauf eingelassen hat. Ja, ich bin so ein bisschen traurig drüber, dass es bei mir einfach noch nicht so klickt, also weil ich finde auch, es ist auf gar keinen Fall ein schlechtes Album. Ich merke halt, dass ich einfach nicht so, ich komme einfach nicht rein. Also ich höre das auch und ich denke mir wieder, oh, das ist ja wieder toll produziert. Vielleicht ist wirklich dieses Schweben, was bei mir, weil ich bin dann nicht so, ich höre das und da, ah, das gehört zum Song und weiter geht's, sondern ich bin dann so, ich bin so raus, kurz. Und dann bin ich plötzlich wieder drin und das fühlt sich für mich einfach gerade noch nicht so, noch nicht so. Das nimmt einen nicht so mit. Ja, vielleicht ist es so, die Musik nimmt dich nicht so an die Hand, du musst dich mehr hinsetzen und dich mal da reinsetzen, aktiv. Es ist nicht so, ich musste das Album auch aktiver hören am Anfang, weil ich auch, dann passiert hier erstmal eine Minute lang gefühlt nichts und dann denke ich auch an was anderes. Ja. Also ich weiß, was du meinst total, weil bei, 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 when you fall asleep, where do we go? Das war so, ich höre das und dann kommt, man wird so von, von einem, von der einen Idee in die nächste getragen. Ja. Und bei Hit Me, Hard & Soft war es wirklich so, ich habe mich hingesetzt, ich habe auf jedes Element aktiv gehört und dann habe ich es verstanden. Es war eine ganz andere Form von Hören auch tatsächlich, von Hörerfahrung und von, was das, die Musik auch von mir gebraucht hat, damit ich sie verstehen kann. Und das finde ich überhaupt einen interessanten Gedanken, wie viel, wie viel wird von dir als Hörer, als Hörerin erwartet, wenn du das konsumierst. Weil das ist ja, also du setzt ja plötzlich, na was heißt plötzlich, also weil ich glaube den, den, den gewissen Zugang, den musste man sich auch bei, bei Happier Than Ever ein bisschen erarbeiten, weil da ja, auch wenn es musikalisch oft in Anführungszeichen bekannt vom, vom Aufbau ist, es gibt diesen Song Goldwing, der sehr, ich sag mal, also wenn man das mit dem ersten einfach super untypisch anfängt, einfach mit, mit sehr, mit sehr, wie soll ich das denn, fast ein orchestraler Gesang ist es nicht, ähm, also es, weiß ich nicht, 20 Sekunden ist einfach nur ihr Gesang, dann ist der weg und dann kommt da quasi ein Part als Sample langsam reingefadet. Bleibt dann auch da und dann setzt aber auch ein Beat ein und dann kommt noch eine andere Melodie dazu. Und das ist ein, also da ist schon ein anderer Zugang vonnöten, man muss das zulassen, man muss auch sagen, okay, ich lass das jetzt mal passieren und guck, was kommt und dann finde ich, baut sich da was Wunderschönes auf, weil du vorhin gesagt hast, dann hört das plötzlich auf. Ich bin so, bei Billie Eilish ist, glaube ich, eine, wenn nicht sogar die Künstlerin, wo ich jedes Mal denke, der Song hätte nochmal eine Minute länger sein können, ich hätte jetzt richtig gefeiert. Also so, weil ganz oft, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber ich immer so denke, oh geil, und jetzt nochmal, jetzt gib mir nochmal 30 Sekunden, dann hört es einfach auf und das finde ich, machen die super konsequent. und das finde ich auch gut, weil es eben nicht dieses, ja, wir wissen, es ist eine geile Melodie und die lassen wir jetzt irgendwie nochmal durchlaufen, machen wir einen schönen Clubmix draus, sondern das ist wirklich so, okay, wir haben das gemacht und wir haben es auch wirklich nur, keine Ahnung, wir machen es nur vier Takte und dann ist es auch durch. So, man kann da auch 16 draus machen, aber wir machen nur vier draus. Und das ist, bei Happier Than Ever, finde ich, merkt man, dass sie mit diesem Konzept schon deutlich offener umgehen, aber auch gleichzeitig wieder sehr bewusst und das fehlt mir, glaube ich jetzt so ein bisschen, weil ich verstehe vielleicht noch nicht so ganz, was das, was du für mich gesagt hast, sondern okay, dieser Denkprozess, den musst du einfach vielleicht ein bisschen mitnehmen. Sich ein bisschen von der, von den vorigen Songstrukturen lösen und dann funktioniert das anders und da bin ich, da bin ich leider noch nicht. Und das ärgert mich so, weil ich sehe, dass da ein total cooles Album irgendwie da ist, aber ich bin, ich höre das und immer so, na, ah, ja, hm. Man kann es halt manchmal nicht erzwingen. Also es ist auch, ich kenne das auch, ich habe auch zum Beispiel, ich habe lange gebraucht, um zum Beispiel Pink Floyd zu verstehen. Ich habe immer wieder angesetzt und irgendwann 2017 habe ich es dann verstanden. So, ich habe wirklich, also ich habe in meinen Teenage-Jahren, ich habe viel The Who gehört, ich habe viel Led Zeppelin gehört, ich habe viel so diese ganzen Classic-Rock-Sachen gehört, oder Jimi Hendrix, ich habe nie Pink Floyd verstanden. Ich musste erst 26 werden, bis ich dann gecheckt habe, irgendwie, ich habe dann Dark Side of the Moon einfach mal komplett angemacht und ich lag im Bett und habe einfach mal das Album durchgehört und war dann plötzlich so, ah, man kann ja, also deshalb, ich finde, es lohnt sich auch immer, Filme nochmal zu gucken und Bücher nochmal zu lesen und Alben auch nochmal zu hören. Also ich höre tatsächlich Musik, ich habe so eine Liste an Musik, von der ich weiß, dass sie, dass sie gut ist, in Anführungszeichen. Ich habe sie halt bisher noch nicht verstanden. Das ist zum Beispiel Joni Mitchell und Kate Bush sind da noch mit drauf. Okay. Ich habe in meinen 20ern mal Joni Mitchell gehört und dachte mir so, pff, verstehe ich überhaupt nicht. Und dann vor ein paar Jahren habe ich nochmal Joni Mitchell gehört und war so, ah, da ist irgendwas. Und ich nehme das immer mal wieder so raus und dann so einmal im Jahr höre ich rein und denke mir so, vielleicht verstehe ich es jetzt. Und jetzt habe ich gerade ein Aurora-Album gehört, das neue, wo wir auch nochmal drüber reden werden. Ja. Und da sind ganz viele, ganz viele so Kate Bush-Referenzen irgendwie und ich dachte mir so, wow, jetzt finde ich es plötzlich geil. Ich muss wohl nochmal Kate Bush hören. Vielleicht gefällt mir das jetzt auch. Und man ist halt nicht immer, also es ist ja, das ist ja immer nur, die Kunst ist ja immer nur so, oder die Kunst bedeutet für dich ja immer nur so viel, wie sie halt mit dir resoniert. Und vielleicht hätte ich, wenn das Album vor drei Monaten rausgekommen wäre, Hit Me Hard & Soft, vielleicht hätte ich es dann auch nicht verstanden. Aber das passt halt auch, also textlich passten halt auch einige Sachen davon tatsächlich zu meinem Leben gerade. So, das ist halt, also nicht, dass ich mich so krass damit identifiziere, aber es gibt so, es gibt bei Skinny, gibt es diese eine Zeile. People say I look happy just because I got skinny, but there's still the old me and I think she's pretty. Und da geht es halt so drum, so, es ist so ein bisschen in die Vergangenheit gerichtet und es geht so viel drum, zu sich selbst zu stehen, sich irgendwie auch unabhängig von seinem aktuellen Status irgendwie, also es ist natürlich irgendwie schön, dass Leute das jetzt so wahrnehmen, aber ich fand mich damals auch schon gut und ich finde mich jetzt auch gut und das ist irgendwie so eine, das hat mir irgendwas gesagt. So, nicht, dass ich jetzt irgendwie, ich bin nicht so auf mein Gewicht irgendwie fokussiert, also es hat jetzt gar nichts damit zu tun, mit Skinny sein oder nicht, aber so irgendwie diese Idee, die dahinter stand, das hat irgendwo bei mir einen Knopf gedrückt und da habe ich noch viel drüber nachgedacht, so und das passt aber halt eben gerade zu meinem jetzigen Leben einfach und vielleicht ist das in drei Monaten auch vorbei und dann fühle ich den Song gar nicht mehr. Das finde ich sehr schön, weil ich gerade überlegt habe, so als Abschlussgedanken, weil, also zumindest ist das, ist das so mein Empfinden, dass bei Billie Eilish, ähm, also bei allen Alben, gerade Fokus mehr aufs Erste setzen, ähm, was nimmst du mal vom musikalischen, vom reinen produktionstechnischen Ding, abgesehen davon? Ich glaube, da hast du die Frage gerade schon beantwortet, was, was nimmst du von dieser Künstlerin mit, weil ich finde, das ist so ein, sie macht es einem einfach, zu sagen, ey, ich, äh, die Art und Weise, wie sie, wie sie mit bestimmten Dingen umgeht, finde ich irgendwie, äh, interessant oder finde ich, äh, vorbildshaft oder sowas. Also wenn man vorhin drüber gesagt hat, es ist vielleicht schwierig, sie irgendwie damit zu identifizieren, aber das sind ja Themen, also gerade wenn wir über Selbstwertgefühl reden, wenn wir über Selbstwertgefühl im, äh, sozialen Kontext irgendwie reden, wo, was macht die Gesellschaft mit einem und, und wie sehr darf man überhaupt man selber sein, ähm, und das, das, das fand ich auch schön, dass das von gesagt ist, einfach, es ist ein Generationskonflikt, sie, sie hadert mit Themen, sie behandelt Themen, die es früher gar nicht gab, weil die gesellschaftlich, in dieser westlichen Gesellschaft, so mal ganz, ganz grob gesprochen, weil die einfach nicht präsent waren, vielleicht auch, weil, die hätten auch keinen Platz gehabt, ja, wollte ich gerade sagen, weil es einfach andere Dinge gab, die deutlich mehr Raum, ähm, äh, beansprucht haben, ähm, was ja aber nicht heißt, dass sie nicht valide sind, aus, aus, aus so heutiger Sicht und das, jetzt habe ich vielleicht deine Frage gerade beantwortet, aber mich hat das gerade so, äh, fasziniert, dass du sagst, du nimmst, nimmst von ihr jetzt auf diesen einen Song gesprochen, aber das ist ja was, was sie eigentlich ganz viel mit, mitgeben kann, oder? Voll, also ich finde die Alice als Künstlerin wahnsinnig inspirierend, auf ganz vielen Ebenen, ich finde die Verletzlichkeit, die sie da irgendwie vor sich her trägt, ich finde die wahnsinnig authentisch, ähm, ich finde das sehr inspirierend, dass sie irgendwie so, so, ich bin irgendwie eine junge Frau und ich bin irgendwie in einer Welt, die mit jungen Frauen jetzt nicht immer so glimpflich umgeht und ich habe irgendwie eine Verletzlichkeit und ich habe einen Schmerz und ich, ich trage den aber nach außen, ähm, nicht in der Form, dass ich das irgendwie, dass ich anderen das anlaste, sondern ich, ich bin einfach offen damit und ich reflektiere darüber und, ähm, ich, ich, ich kommuniziere das, dass es quasi so ist und vielleicht gibt es ja Menschen, die dann, denen das hilft, darüber, dass ich darüber spreche und das finde ich total inspirierend, weil das erfordert, das erfordert echt eine richtige Größe, finde ich, also mit seinen eigenen Verletzlichkeiten, nicht seine Schwächen irgendwie die ganze Zeit vor sich ertragen, das ist was ganz anderes, also Schwäche und Verletzlichkeit, finde ich, muss man ganz krass voneinander trennen, weil wenn ich meine Schwächen immer vor mir her trage, das ist, das hat so eine, das hat so eine Form von Übergriffigkeit und Verletzlichkeit heißt, ich habe, ähm, ich weiß, dass es hier was gibt und das, dass da, da bin ich irgendwie, das ist was, was mich verletzen kann oder das ist was, was mich verletzt hat und ich bin da aber offen mit und versuche da irgendwie Stärke draus zu generieren, aber für mich und ich erwarte auch nicht, dass jemand anders das für mich löst, sondern das ist einfach nur hier, ich weiß, das ist, das ist eine Verletzlichkeit und, ähm, ich teile das jetzt und das schafft natürlich auch eine totale, ähm, Connection auch erstmal mit, mit den Leuten, die sie, die auch, ich sag mal, folgen, klingt immer so sektenmäßig, aber die sie irgendwie auch, also die, die, die halt Fans sind und da habe ich mich immer mehr bei erwischt, ich habe viel, ich habe doch relativ viel Content geguckt von den beiden, von Billy und Phineas und die reden auch viel drüber, was ihr Struggle ist, die reden nicht nur drum so, ja, dann haben wir den Song geschrieben und dann war das geil und dann haben wir irgendwie noch einen Hit gemacht, sondern die sitzen da und Phineas ist so, wir produzieren Musik und manchmal ist es einfach der schlimmste Scheiß, den man überhaupt machen kann, weil diese Frustration, ich, ich kenne auch, also ich persönlich, ich, also, ne, ich kenne auch nichts, was frustrierender ist, als einen Tag lang an einem Song zu schreiben und der wird einfach scheiße. Ich habe letztens zwei Wochen, nicht zwei Wochen, aber so eine Woche habe ich an einem Song geschrieben, jeden Tag Gitarre genommen, was gespielt, irgendwie Open Day Tuning, habe ein bisschen Text geschrieben, habe eine Melodie gemacht, habe dann irgendwie den Song geschrieben und nach dem ersten Refrain ist mir aufgefallen, scheiße, den habe ich schon mal geschrieben. Also es ist einfach extrem nah an einem Song dran, den ich vor einem halben Jahr mal geschrieben habe. Also die Akkordfolge ist zu ähnlich, die Melodie ist zu ähnlich, der Groove ist relativ nah dran und ich war so, scheiße. Und es ist, es war echt, ich war so frustriert in dem Augenblick und ich denke, man denkt halt immer, es geht nur einem selbst so und dann liest du da Billy Eilich und Phineas sitzen und die sind so, nee, genau das gleiche Problem bei uns auch. Und das hat mir so Mut gemacht in dem Augenblick, ich fand das so inspirierend zu wissen, die zwei, also wie erfolgreich kann man sein, so erfolgreich zur Zeit und die haben genau den gleichen Scheiß, die stehen morgens auf und wenn es ein schlechter Tag ist, dann hat man einfach keine gute Idee im Zweifel, egal ob man sich irgendwie zwei Stunden oder zehn Stunden hinsetzt, manchmal ist es einfach nicht. Und das finde ich total inspirierend und ich finde diese, also ich merke immer mehr, so je mehr ich mich damit beschäftige, diese Offenheit und diese Art, wie die halt mit ihrer Kunst und mit ihrem ganzen Prozess auch umgehen, ich finde das wahnsinnig stark und ich gucke mir das gerne an, weil mir das immer ein besseres Gefühl gibt, als wenn ich, als wenn ich mir nicht angucke oder wenn ich mir anderen Content angucke. Also ich gehe da immer mit einem besseren Gefühl raus, als ich reingegangen bin. Schon mal ganz gut. Es ist nicht so, ich gucke mir das an und bin irgendwie frustriert, dass die so erfolgreich sind und ich nicht, sondern ich gucke mir das an und denke mir so, das macht mir irgendwie Mut. Ja. Es ist, glaube ich, auch viel, und das ist vielleicht so mein Abschlussgedanke, dass es eben nicht hinter irgendeiner Barriere versteckt ist. Also ich kenne von denen jetzt nicht ganz so viel, ich nehme das jetzt eher so ein bisschen auf dieses Menschliche, weil es ja oft Künstler, Künstlerinnen gibt, wenn man dann Interviews von denen sieht oder die im Studio sieht oder so, ist das immer ein ganz blödes Beispiel und sagen, ja, unser Sound ist so, weil wir haben ja diesen 20.000 Euro Synthi da und dann haben wir den 12.000 und dann machen wir den Diss und dann, ja, und dieses Delay und so und so und so, das ist hinter so, hinter so, in dem Fall einfach so eine finanzielle Wand, so du weißt, das kannst du nicht rekreieren und ich, vielleicht hat sich das in den letzten Jahren auch wieder, sind wir so ein bisschen bei diesem Punkt, es ist einfach verfügbar, jetzt ist es eher so das Wissen und der Umgang und nicht nur musikalisch, künstlerisch, sondern eben auch persönlich. Also wenn sie offen drüber redet, warum sie wie was geschrieben hat, dass das natürlich auch Türen öffnet für Menschen, auch einen Umgang zu finden und zu sagen, okay, wenn jemand wie der, diese Person, die das so in der Öffentlichkeit auslebt, dann ist das was Reales, also dann ist das, wie du sagst, das passiert nicht nur dir so, sondern es passiert auch diesen Menschen so und deswegen finde ich, das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass so jemand wie Billie Eilish das dann auch beibehält, also dann nicht irgendwann so die Tür zumacht und sagt, ja, das bin jetzt ich und ihr seid da draußen, sondern trotzdem immer noch, wer reinkommen will, darf rein, wer ein Arschloch ist, fliegt raus, so, das mag ich auch sehr, dass sie das halt benennt, so, dass sie ist verletzlich, aber nicht schwach und das finde ich, hast du finde auch ganz, also diese, man muss das differenzieren. Also ich freue mich, dass es Billie Eilish gibt, ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen drüber, dass ich da... Ein echter Gewinn auf jeden Fall und ich freue mich auch ein bisschen, dass, also ich persönlich, dass ich da Zugang gefunden habe auf einer Ebene, vielleicht nicht so der, der, der als, als kreativer Mensch, aber ich mag sie sehr gerne, alles, was ich von ihr, von ihr und auch ihrem Bruder soweit mitkriege, mag ich sehr gerne auf menschlicher Ebene und dass es auch immer noch Musik, neue Musik gibt, neue Kunst gibt, wo ich höre und denke so, ho, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Da haben sie noch mal was Neues ausgeführt. Da haben sie noch was Neues gehört, das hätte ich, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so mit meinen Bands voll und da kommt nicht mehr viel Neues dazu und dann denke ich mir immer, warum soll ich denn jetzt die hören, weil ich doch Korn hören kann oder Limbiscuit hören kann oder so, weil, ne, das habe ich schon. So fünf Millionen Mal, aber ist halt immer noch gut. Ist immer noch gut. Verlass drauf. Und macht es und das kenne ich und so und das war, bin die Eilischer wirklich, ich habe das gehört und dann halt später, nachdem ich das Album gesagt habe, okay, da gibt es noch keine Schublade für, wo irgendwas drin sitzt und das fand ich sehr, sehr schön und ich fand es auch sehr, sehr schön, dass ich mit dir über Billie Eilish reden konnte. Gleichfalls. Schön, dass wir das mal gemacht haben. Ja. Weil es ist einfach eine Ausnahmekünstlerin und die hat sich ihren Platz in der Musikwelt so dermaßen erarbeitet und wirklich, also es ist fantastisch. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Ja. Es kann in alle Richtungen gehen. Ich kann mir vorstellen, dass die noch ein geniales Album machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie erst mal drei Jahre Pause machen nach den letzten fünf. Es wäre alles verständlich. Ich finde es schön, dass wir über die quatschen konnten. Ja. Ich fand deinen Abschluss eben auch gut. Ich will da gar nicht weiter mehr zu sagen. Schön, dass ihr zugehört habt. Ist vielleicht, wollte ich auch noch sagen, wenn ihr vielleicht Billie Eilish nur von Bad gar nicht kennt oder nur aus diesen Radiosongs oder so. Da steckt viel drin. Man muss ein bisschen selber die Tür selber auch aufmachen. Voll. Dann lässt man vielleicht was rein, von dem man gar nicht wusste, dass man es braucht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh, dass jemand diese Zeitschrift da in der U-Bahn vergessen hat. Und ja, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Checkt gerne die Links in der Beschreibung. Wir haben euch da noch ein bisschen Material verlinkt. Und checkt euch gerne die anderen Folgen. Nächstes Mal, ich weiß noch gar nicht, worum es nächstes Mal geht, aber wir werden noch ein paar machen zu Alben, die uns quasi in die DNA übergegangen sind. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, oder? Ich schließe mich inhaltlich komplett an, was du gesagt hast. Ciao. Ciao. Stell mal vor, warum gibt es das eigentlich nicht? Entschuldigung, wir berechnen dir das. Aber ich wollte noch was sagen. Warum nicht so Popschutze machen, die nach was riechen? Früher oder später riechen die nach was. Ja, aber nach was Gutem. Ach so. Nicht nach Verwesung oder Fisch oder so. Oder Mundgeruch. Ja.